Hallo und herzlich willkommen zu Gitter 5, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt, heute zu Supersweet Sixteen. Alles Gute zum Geburtstag, wo es zur 16. Folge ist. Ja, ich fasse mal kurz zusammen, wo wir sind. Gerade sind wir mit Michael, haben ja eine Mission angenommen. Jetzt sind wir aber Franklin und fahren gerade zum Juwelier. Da sollen wir irgendwas ausrauben. Mit unserem Team ist ja zusammengestellt und wir machen uns auf die laute Tour und machen wir da jetzt ein bisschen Krawall. Ja, das ist wie die andere Seite. Ein Krupp wird nur arbeiten, nur arbeiten, wenn es gibt, also wenn es eine Vertreue ist. Also, in die Interesse der Fosserung dieser Beziehung, in den kurzen wir uns haben, lasst mich michein. Ich bin Michael. Ich habe das, was dieses Ding schon vor. Mehr als ein paar Mal. Und ich habe gut gemacht, wenn es das gut gemacht. Das genug zu spenden lange nicht machen. Ich hoffe, es geht nicht ohne zu sagen. Ich weiß viele Leute. Obt ihr jemanden, über mich oder von euch, wird es beendet. Got it good now right over you Yeah, man, I'm Franklin dog, and I'm I'm new to these kind of playing out detail robberies I've done my sheer small jobs, you know liquor stores Air houses boosting cars, but then I met this dude right here Michael man, and he turned me on to this time So who's next Gustavo Kasmota You know what I'm saying? It's too bang for the barrels, but hey, don't tell him I told you that I might need them homies if I go away I guess I found out pretty young to pull a trigger But it was a couple of years before I started doing it for red, you know what I'm saying? Instead of that repping where you're from bullshit And here we are Uh, alright, this is Eddie Toe He'll be cleaning out the cabinets and handling the getaway He's got you some bikes for that All you need to know about him is he's good I'm going to ask if we send Frank and Michael with each other verbunden This is it, let's move What the hell are you doing here? Haha, with Halem is that great Go get the bikes Let's go Let's go Let's go Ladies and gentlemen, this is your moment Please don't make me ruin all the great work your plastic surgeons have been doing On the floor, now Go, 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 go I'll clean out these displays I maybe they'll delete you around a minute and half before the alarm reset itself 90 seconds, alright, that's why we pay you what we do With a window like this we should be able to strike the joint, come on 1.20. Bleib runter! Du musst von vorne. Da hast du schon, da hast du schon, da hast du schon. Aber da ist doch noch mehr. Oh, da drauf. Don't be stupid. 50 Sekunden. Oh, du siehst die grüne. Jetzt hinter dir. Let's do this. Alright, that's our target. Keep it up, see how much we can get. 40 Sekunden. Du, don't try it. Let's go. Raus, 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 raus. Half a minute last. So for the last time, move it. Hey, get the fuck out my face. You forget a thousand things every day, pal. Make sure this is one of them. I'll see you at the river. Let's go. Let's go, go! Oh, yeah, schnell, 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 schnell weg hier. Ich dachte, es kommen wirklich so richtig in den Laden, die Leute bedrohen mit den Knarren und so. Hatte ja einer eine Aktion. Aber ich dachte, wir müssen hier. Das ist jetzt halt. 4,8 Millionen Dollar. Ich muss mal nur gucken, dass wir das ganze Geld auch irgendwie nach Hause rufen. Ja. Was ich mich frage, auf dem Weg. Warum haben wir eigentlich diesen Wagen da geklaut? Nee, da waren ja nicht gerade die. Ach so. Wie hätten wir die leise Tour machen können, wenn wir die nicht geklaut hätten? Äh, nee, da hätten wir was ganz anders. Wir haben ja auch leise gemacht, deswegen haben wir das geklaut. So. Ja, wir sind ein bisschen wie Batman. Machen in den Händen, und sagen wir, ob sie kommt, wenn sie kann, wenn sie kommt, wo auch sie kommt. Man knudelt die Machen weiter kann. Man kriegt sich immer weiter. Man hört sich ja ein bisschen. Das geht ja auch nicht. Das ist geil. Oh, geil. Das ist geil. Wir gehen zum Wasser! Wenn du die Michael-Mission sehr geil findest, dann spielst du auch so viel mit dem durch! Ja, es gibt halt die Leute, die einen von mir Michael spielen. Wenn Michael auch, wir haben ja in den ersten Folgen, oder vor ein paar Tagen kam ja ein Video online, da haben wir noch mit Frank und die Spieler, ich bin Michael ganz ehrlich mit dem Computer da. Kannst du nicht zuhören, ich muss mich nur konzentrieren. Frank? Ich finde eigentlich Frank kein Spieler. Wir sind so ein Partys, weißt du? Ja, der ist ja mehr so der Motherfucker, weil wir von den Screams nicht hochfahren. Einer wird jetzt sauer angeschossen. Oh, ich bin von der Reihe, von der Reihe. Die warten ja auf uns. Ja, ja klar, wissen die, wo wir rauskommen. Warum? Warum fahren wir dann hier durch den Polen? Wir holen nicht so dumm sich. Oh, mein Gott, war recht. Nee, jetzt fahren wir auf Michael und Michael. Hier! Keep driving! Drück der Kreis um die Kammer auf der Süd zu fokussieren. Ich muss wirklich wieder in den Kurs fahren, aus der Fennsteen. Ich schalte die Kopf aus, bevor du die Fettkunde reißt. Oh, fahr durch, oder? Oder haben wir den Ball? Scheiße, du musst die Bullen ausschalten. Die verfolgen gerade die anderen. Geh mal rüber. Da, den. Oh, die Treffung ist da nicht erreicht, ich muss die Bullen ausschalten. Ja, das ist geschafft. Wir holen. Alright, wir klären die Cops für gerade jetzt. Wir stoppen am Ende des Ries und wir werden die Bikes in den Truck. Hast du ein Packstorben von uns da nicht geholfen? Nö, wir haben noch unsere ganze Viereinhalbmögliche. Ey, wir sind ja richtige Motherfucker. Ja, hallo. Da, warte. F, komm schon. Ich will nur einen Codenamen, wenn die gerade uns hier ein Business machen. A-O-F, yo-T. Yo-M. Leicester ist für uns in der Lockdown. Oh, die Crew hat sich auch verbessert. Die Bikes sind sehr gut. Davo. Kennst du dich? Davo Frill. Oh, mega realistisch. Ich dachte, wir sind jetzt tot. Pops Pils. Hä? Wir sind schon beide da. Das ist scheiße. Die ist vorbei. Wurde jetzt bestimmt gerade so eine traurige Musik angesetzt. So einen Schnitt drüber. Oh. Er hat mir noch Glück. Jetzt muss er aber echt langsam fahren. Die Polen sind nicht hinter mir her. Ich hab... Wir werden wirklich... Du fährst da nur einen Typen. Fuck. I thought I was gonna be stuck to that bike. Yeah, I thought you were gonna be stuck under a cop car. There gotta be more dudes waiting around that way. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Oh, man. Oh, man. All right. Yeah. All in a day's work, homies. Oh, ho. One step closer to retirement. Sehr gut. Sehr gut. All right, people. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Huh? Bitches and Cocaine. Echt? Krass. We're back in action. I think it sounds like... I think it sounds like... You are the motherfuckers. I'm rich bitch. I think that's the way they do. They have a hangover. So. Or it's just nothing. Oh, oh. It's hard to play. Simplified to play... Hard to play. It's hard to play. Wow. Hier, we have now... We are six. You have to manage it... Shots... All these crew CEOs will keep her up. Wo steht's? Franklin hat 279.000 und Michael hat 721.000, ist okay. Kann man was damit anfangen mit 721.000 Dollar für einen Tag. Ist das jetzt auf seinem Konto drauf? Das ist jetzt auf unserem Konto, ja. Das ist jetzt auf unserem Konto, ja. Das ist nicht das, was ich suchte. Nicht dann, nicht jetzt, nicht immer. Ich weiß, es ist nicht wichtig. Lass mich dich einfach irgendwo schön nehmen, okay? Wo bist du? Bist du in der Stripclub? Warte, warte, stop looking for the easy way. Tanisha, ich muss gehen, okay? Ich muss mich ändern, ich versuchte, du wirst mich nicht mehr erkennen. Was musst du immer als... Man kann sich halt überlegen. Na, du könntest natürlich auch drücken mal recht. Man kann sich überlegen, zu lernen irgendwas sagen. Mit dem rechten. Toll, das ist echt... Ja, dann kann ich auch so ein Private Dance. Das ist echt... Naa... Ja, aber... Ich weiß auch, ob wir das zeigen dürfen auf YouTube wahrscheinlich nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal raus. Können wir das halt raus schneiden? Tost... 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 Ja, hey! Tost... 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 Berühren können wir die... Naja, aber dann schlägt der uns. Berühr die nicht. Mach's beenden, wenn schon. Gehen du, du! Ja, komm, beenden. Wir fliegen raus, hör auf! Bist du sicher? Mach dies! Lieber nicht, Mann. Wir fliegen raus! Bist du? Der hat uns fast rausgeworfen, der Penner. Egal, ich fass sie aber an. Berühr sie nicht, wenn er es rausgeworfen kann, sonst flieg's so raus. Okay, ich berühr's nicht mehr. Die Partie für Kupu steigt. Tschüss, Kupu! Boah, der hat ein richtig Ding jetzt. Tschüss, Kupu! Richtig Ding, Mann. Tschüss, Kupu! War nichts Persönliches. Ey, die ist ja schon wieder angezogen. Das ist ja voll komisch. Komm hier erstmal raus. Ja, jetzt raus aus dem Club hier. Die prömische Gegend. Wann kann der nicht rennen? Rennen? Mich brennen, rennen. Ciao! Auch in Gebäuden kann man doch nicht rennen. Geh doch einfach raus! Ja, ich wollte Ciao sagen. Oh, das ist unser Taxi. Unser eigener Wagen. Dann hol ich ihn mal. Boah, das ist ein geiler Wagen. Ja, ist ganz nett. Wahrscheinlich gehört er dem Typen, der da steht. Der folgt uns nicht. Und wo müssen wir jetzt hin? Ja, wir fahren jetzt zum... Michael! Ja, pass auf, der ist jetzt grün geworden. Also kommen wir jetzt auch rein. Ne, aber der hat's doch zu ihm voll nicht geführt. Doch, der sagt, komm vorbei, wir chillen. Wir sind jo, check it out. Ja, mach du mal. Instagram. Ui, reinfahren in die Alde. Sorry. Here we go. Bei dem kannst du ja die Effekte machen. Wenn du auf der Gegenfahrt warst, dann lädst du es nur wieder auf. Ich weiß, du bist ein bisschen badass. Oder sowas. Du musst schon weiter Gas geben. Ja, ja, ich dachte, ich würde ja dann komplett auf den Arsch. Geben. Dump! Wie kann man das machen? Mit einem Stunt ist der Wagen im Arsch. Ja, ist doch normal. Eigentlich schon. Du musst ihn echt machen, ey. Ist mir doof. Ich hatte eins dann schon mal in der Welt, wo der Gegengefahren ist, der wirklich voll real oben vorne aus dem Wagen rausgeflogen. Schau mal, Frank leidet jetzt auch ein richtig gutes Leben. 300.000. Ja, aber der will ja mehr. Der will ja jetzt nur mehr. Der will ja so Rack to Rich. Der ist halt da. Ja, das ist die Specky. Ja, Gewecky aus meiner Sicht. Der ist da schon oben schon. Ich kenn mich ja auch schon. Ja, ich kenn mich auch aus. Du bist ja noch gut. Genau. So, Frank. Ja, du meinst. Ja, du meinst. Ja, du meinst. Jetzt auch wieder den Effekt, Mann. Ja, hier. Hopp, hopp. Na, nicht höher rein. Na, nicht ganz höher rein. Und ein bisschen zu spät schon. Ich finde das aber echt doof, weil wirklich, wenn man mit dem Linken steuert und dann auf beide drücken ist echt schwer für die Steuerung. Ja. Dann wäre es irgendwie viel einfacher. Ja, ein Knopf. Vielleicht alle vier. Alle vier. R1, R2, L1, L2. Keine Ahnung. Immer noch einfacher als beide. Ja, wer ein Spielentwickler ist. Bei Rockstar Games. Scheiße auf. Dann bin ich jetzt weg und werde Spielentwickler. Ich mach euch Spiele wie Buzz. So, wenn ihr unbedingt sehen wollt, was jetzt passiert, dann klickt einfach beim nächsten Mal rein. Wir erzählen euch dann, was abgeht. Morgen. Nicht mehr mit mir, sondern mit Issy wieder. Oder mit irgendjemand anders. Hat mir Spaß gemacht. Wenn ihr mich nochmal wollt, spielen wir nochmal GTA zusammen oder was anderes. Macht's gut. Ciao. Ciao.